Hey Leute, ich lese sehr oft den Kommentar, dass man doch gar nicht so teure Buntstifte braucht und man eigentlich auch einfach Buntstifte von Teddy für einen Euro nehmen könnte. Ich zeige euch jetzt, warum das keine so gute Idee ist, mit Hilfe von diesen Realbuntstiften. Wenn ihr ein realistisches Ergebnis haben möchtet, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass eure Buntstifte eine hohe Pigmentierung haben, sich leicht anspitzen lassen, weil man manchmal über Tage hinweg am selben Bild sitzt und dann kommt man einfach nicht damit klar, dass der Stift immer und immer und immer wieder abbricht. Das hier ist der Realbuntstift. Ich drücke gar nicht auf, erstmal alles ganz easy. Und jetzt drücke ich ein bisschen doller auf. Und falls ihr wissen wollt, was meine Top 10 Art Supplies sind, dann schaut einfach mal in die Kommentare, da habe ich euch einen Link eingefügt. Und jetzt im Vergleich ein richtiger Künstlerfarbstift. Ich drücke nicht auf, die Farbe kommt viel, viel einfacher und jetzt drücke ich mal richtig doll auf. Seht ihr das? Wenn ihr einfach etwas sehr, sehr Rotes zeichnen wollt, dann ist es mit diesen Buntstiften sehr, sehr viel einfacher als hier, weil man erkennt ja kaum einen Unterschied zwischen doll aufgedrückt und gar nicht aufgedrückt. Aber für mich mit das Wichtigste ist, dass die Stifte eine hohe Lichtbeständigkeit haben. Denn wenn ihr etwas für die Ewigkeit zeichnet, dann sollen auch die Farben ewig schön bleiben. Und dann können wir uns aufgedrückt. Und dann können wir uns aufgedrückt.